Willkommen am Johann-Josef-Fuchs-Konservatorium. Mein Name ist Igmar Jenner und gemeinsam mit meiner Kollegin Helen Kriegl werde ich euch etwas über die Geige erzählen. Die Geige ist das höchste der Streichinstrumente. Wir haben hier Instrumente von 1,6 Violine für vierjährige Kinder bis zur ganzen Geige, die man ab etwa elf Jahren spielt. Mit der Geige steht euch die ganze Welt der klassischen Musik offen. Ihr könnt Musik spielen, die über 300 Jahre alt ist oder Melodien ganz neu erfinden. Die Melodie, die ihr vorhin gehört habt, könnt ihr schon nach circa einem Jahr spielen. Die Begleitung davon nach wenigen Monaten. Es gibt wunderbare Musik nur für eine Geige allein, aber die meiste Musik wurde für das gemeinsame Musizieren geschrieben. Es gibt Musik für zwei Geigen, für drei Geigen, für vier Geigen, für ganze Geigen-Ensembles, für großes Orchester. Und wenn ihr auf den Geschmack gekommen seid, dann kommt doch einfach für eine Schnupperstunde im Konservatorium vorbei. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020